Hallo ihr Legenden und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ist es heute bloß kurz das Infovideo, dass ich es hier nicht irgendwie schneiden oder rendern werde, sondern einfach so hochladen ohne Intro und alles, weil ich bloß schnell die Info weggeben will, dass heute kein Video kommt, weil ich gerade um 5 nach Hause gekommen bin, jetzt ist es knapp 10 nach 5 und spätestens um viertel vor 6 muss ich wieder weg, darum habe ich jetzt keine Zeit mehr noch was zu rendern, weil ich so schlau war und nichts gerendert habe. Ich hoffe aber, ich schaffe es dann bis morgen was zu rendern und hochzuladen, sodass morgen wieder was kommt und genau das wollte ich bloß schnell so sagen, die Map ist eine, die ich mir runtergeladen habe, weil ihr jetzt denkt, ich bin hobbylos, also das bin ich natürlich, aber so hobbylos dann auch wieder nicht. Und ja, ich hoffe ihr verzeiht mir das und das war es dann eigentlich auch mit dem Video und mit dem, was ich sagen wollte. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Peace out, Pixel.